47,30 Sekunden, das ist die Marke, die EM-Norm für die U20 über die 400 Meter. Wie gesagt, kein Deutscher ist sie bislang in diesem Jahr gelaufen. Und im Optimalfall laufen wir jetzt dann gleich drei Jungs. Würden wir ihnen gönnen, Jonas Herbst, Maximilian Kremser, Vincente Grajani, die drei schnellsten in diesem Jahr. Und sie auch vorneweg. Ganz innen dürfen wir nicht vergessen, Justus Baumgarten. Wo bleibt die Uhr stehen? 47,39. Wie schade.